Grüß euch! Wir Jungs und Mädels von News & Video freuen uns sehr über das neue Spielzeug, das wir heute bekommen haben. Das werde ich euch jetzt vorstellen. Das ist nämlich der DJI Osmo und das ist quasi ein One-Hand Gimbal mit integrierter Kamera und jetzt werden wir das Gerät einmal auspacken und schauen, was da alles drinnen ist in der Schachtel. Der Osmo ist sehr schön verpackt, hier auch gut beschriftet Open. Jetzt wissen wir, wo das Ding dann rauskommt. Ein bisschen auf Hitzelei, wie immer bei solchen Dingen. Jetzt machen wir mal den Deckel auf und jetzt freuen wir uns auf das, was hier alles drinnen steckt. Schauen wir mal, was da so mit rauskommt. Also sehr positiv finde ich schon einmal diese tolle Verpackung, die ich hier habe. Nämlich ein eigenes Case, wo der Osmo sich drin befindet. Es wirkt recht hochwertig und drinnen ist der Osmo gut fixiert und auch stabilisiert noch mit einem Schaumstoffpolster. Was haben wir noch dabei? Hier sind noch zwei kleine Schachtel. Da befindet sich drinnen ein Ladegerät und ein Akku. Und im zweiten Schachtel, was haben wir da drinnen? Eine Trageschlaufe und das Kabel, den Stecker fürs Ladegerät. So, zum Osmo selber. Das ist ein Gimbal, ein Einhand-Gimbal mit integrierter Kamera, die sich hier unter dem Objektivdeckel befindet. Und hier seht ihr die Haltung fürs Handy, weil ich von dem Gimbal direkt aufs Handy übertragen kann und dann am Handy die Bilder direkt live sehe und somit einen Überblick habe, was ich hier drehe und was ich filme. Jetzt werden wir uns mal daran machen, den Akku aufzuladen und demnächst zeigen wir euch dann die ersten Bilder vom neuen DJI Osmo.